Das ist das beste Wochenende unseres Lebens. Der Stripper ist hier! Ich bin dran! Oh, er ist tot. Alles in Ordnung? Alles in bester Ordnung! Wie kannst du nur jetzt etwas essen? Essen ist das beste Mittel für Stressbekämpfung. Wollt ihr auch was? Ja, so ein kleines Stück geht schon.